und immer weiter auf der reise ich glaube unsere kompagnons haben uns verlassen ach hier sind sie na hallöchen hier ist wieder der der dämon wird erst mal nach diesem sind oft irgendwann schnellreisegrund haben Wo ist die Stadt? Ob nicht schon wieder ein Drache, oder? Das klaut auch wie ein Drache. Jo. Äh. Dann zu den Waffen. Pferd bin ich in Sicherheit. Wo ist der Drache? Wo verriecht er sich? Ich werde mal schnell speichern. Können wir ihn nicht treffen? Oha. Oha. Was willst du denn? Der ist doch gerade wieder geboren. Der wurde gerade wieder überlebt. Ich werde er noch halbwegs ausbringen, wenn ich mal treffe. Der weiße Drache, der war der Drachengotts. Ich hätte den gerade wieder stehen lassen. Den kriegen wir doch. Schöne Hochlandung. Ich hätte das auch noch nicht. Ich hätte das auch noch nicht. Die drachenknochen sind wieder schwer im Inventar. Die nächste Drachensäle aufgenommen. Okay, wir müssen was loswerden. Ja, der Bogen. Und noch andere Sachen. Den Stab würde ich gerne behalten. Und die Sentimentalität behalte ich diesen Helm. Die S&P-Rüstung, naja. Ist halt 31 schwer. Jetzt halt Gewicht. Ich weiß nicht. Warte können wir mal. Lydia. Ich bin direkt hinter euch. Ich habe geschworen eure Last zu tragen. Ja, genau. Das haben wir ja doch noch nie gemacht. Ich kann auch mal ein bisschen... Die braucht doch bestimmt eine gute Klamotte. Ich bin direkt mit dem Diadem. Die kannst du doch tragen. Mehr Ringe habe ich nicht. Hm, hübschen Helmutze. Jetzt haben wir noch ein Waffen, das wir hier geben können. Die Notbohrung können sie mal haben. Wenn sie mal ein bisschen mit schießen. Den könnten wir auch... Ne, der ist zu viel wert. Der Start des Zombies und sie geben. Ein bisschen essen. Ich kann die ganzen Bücher bei sich haben. Das ist ja doch was. Oh. Ich bin von Schlüsselbruch empfangen quasi. Die ganzen Drachenknochen. Die tun wir dann, wenn wir sie verkaufen wollen, wieder bei Ja ab. Ihr geht vor. Ich folge. Ich hoffe, die kann auch rennen. So Pferdchen. Die haben wir nicht gebraucht. Im Dorf irgendwo. Wartet. Ich kenne euch doch. Ja? Das ist ganz sicher kein Fehler. Ihr seid eine gesuchte Frau und jetzt werdet ihr für eure Verbrechen bezahlen. Ach Mensch. Na dann geht es. Das geht aber noch. Auch gut. Ich konfisziere all eure gestohlenen Waren. Dann könnt ihr gehen. Bis zum nächsten Mal. Ähm. Stöhnen Waren. Und was genau heißt das jetzt? Wir haben noch relativ viel. Wir haben eigentlich fast alles. Die Götter gaben euch zwei Hände, die ihr zum Führen eurer Waffe gebraucht. Was ist los? Drachen? Ich sollte die mal umbringen. Ich wollte gerade sagen, es ist die einzige Waffe hier. Die einzige Waffe. Ich habe meist mit schäbigen Dieben und betrunkenen Schlägern zu tun. Es ist schon lange her, dass wir mal gegen eine ganze Diebesbande. Und wo haben wir unser Pferd? Jetzt haben wir doch hier irgendwo abgestellt am Anfang. Und auf der anderen Seite des Dorfs. Ein Drache hat Könishain angegriffen. Aber warum? Warum diesen Ort? Ich darf das das Schwiatr. Fühlt ihr euch krank? Ach ja. In welche Richtung müssen wir? Ungefähr diese. spätestens wenn man in den fluss kommt dann rechts ab die verdammten wölfer hau ich nie ab vorbeifalten wir jetzt hier zu die feste da ist wenn wir auf der karte magiert ich muss die gesungen bis jetzt an ach du scheiße Das war eine deutliche Warnung. Ich wollte hier nur mal reingucken. Schnell weg hier Pferdchen. Oh, das Arme Pferd. Zwei Felder. Im Hinteren. Ah, das haben wir auf der Karte markiert. Sehr schön. Das tun wir später, wo wir stärker sind, vorbeikommen. Oh, ein Säbelzahnsieger. Schnell weg hier. Da haben wir schon wieder angegriffen. Geradezu auf die Tempelnotes. Hier ist ein wichtiger Mark auf der Karte. Will ich mal erkunden. Wo ist das dort sein? Oha. 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 Im Amuest Pferdchen. Dann vorbei geritten. Genial. modrige ruinen entdeckt sicher die könnten nur besiegen ich habe echt keinen bock in die andere richtung müssen wir na komm fern ich hoffe wir verrecken jetzt hier nicht am fuß des berges das fährt gar nicht überall lang jetzt schaffen wir es noch was marka finden das nächste lager das sind viele banditen das ist gar nicht mehr so viel nur so ein skeber oha eine spitzhacke da ist hier schon wieder ein drache ich nehme die spitzhacke ich werde mal zwischensprechern ich sehe die drachen nicht zu den waffen und schatten blutdrache na toll das werden wir nicht schaffen hier im tal hier du hast du das hier die ist hier 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 ich hier Das ist ein mächtiger Rocher. Oh weia. Da sind wir noch ein bisschen zu schwach. Komm das ist abwohnen hier. In die genau andere Richtung. Kein Dreck. Komm Pferd. Ich brauch dich. Genau in die Richtung. Oh jeee. Ich bin schwach. Ich hab grad andere Probleme als dich Wolf. Gut, dass wir nicht an Felschaden drauf gehen. Das ist echt kacke hier. Anderer Weg. Da sind wir hier rein geraten. Und mal wenden. Schön haben wir die Grube entdeckt. Geht. 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 Nein! Oh, Kacko. Wo sind wir hierhin gelandet? Abgeschworener, okay. Der kommt auf unserer Seite, der Feuerdämon, oder was? Wir sind so ziemlich da. Steigen wir ab. Können wir versuchen, anders hinzukommen. Oh, nö. Nicht der Drache wieder. Lässt uns wohl nicht in Ruhe. Ich bin nur zum Ziel meiner Quest. Was direkt über mir liegt. Und ich gehe nach unten. Und hier schütt man einfach drumherum. Ich kann mal ein Boot stehen. Dieses nicht. Dafür haben wir eigentlich keine Zeit. Okay, das war doch schon fast. Ach, vergiss es. Ich bin nicht. Ich bin nicht. Idle Steiner. Und dann Hier sind wir da auf Kurs Schönen Klingeln Nein Back hier Wir müssen den Drachen doch hoffentlich nicht besiegen Ich muss hierher kommen Kaffenspitze entdeckt Was machen wir jetzt hier Zum Tempel der Himmelsflucht Aha Siehst du nicht, dass hier ein großer Dach ist? Wir haben beim Besten alles Besseres zu tun Nein, sonst rüstung ist gar nicht schlecht Lass nochmal liegen Jikes Der Drache landet auf uns Und dass man nicht der Tempel ist Wenn wir rein wollen Ja Okay, wir haben echt gute Rüstungen Haben die so gut die wie wir haben Und das Schwert nämlich immer mitzunehmen Ich sollte mal speichern. Speichern ist wichtig, auch wenn wir hier geschwächt sind. Ist hier noch jemand? Oh, gestolch. Tränke dich nie benutzen, Lerder. Niederarmschienen. Nö, bald mal. Jedemann cool. scheint hier ein polvian zu sein erst mal schlafen herunterbekommen diese säulen müssen etwas damit zu tun haben das sind akaviri symbole mal sehen ihr habt das symbol für könig und krieger und natürlich das symbol für drachenblut es scheint eine art nach unten gerichtete pfeilfigur zu sein gibt es hinweis darauf was jetzt lösen den hinweis sehe ich jetzt nicht ja das ist es das symbol auf der linken säule was wir sind wohl nah dran wir sollten vorsichtig wir sollten vorsichtig sein man weiß nie welche fallen und schutzzauber die klingen von damals platziert haben wir sollten hier angesichts der tatsache dass der tempel der himmelszuflucht gegen die rückkehr des drachenbluts versiegelt wurde würde ich alle säulen auf dieses symbol drehen ok was sie auch getan hat es hat das war leicht würde ich ungern da würde ich da würde ich mich nicht hinstellen oh vorsichtig nur auf diesen figuren bleiben ok da hatten die anderen schnell mal nicht drauf die anderen sind also nix tot ich nehme an dass wir in der nähe des eingangs sind nimmst du an wenn das immer dieses motiv ist dann kommt man vielleicht klar oh oh das sieht gefährlich aus du hast kämpf 41 17% weniger magiker Ich habe gerade Angst, dass da nicht was passiert. Stahlrüstung der großen Zerstörung. Das ist doch effektiver als die, die wir haben und mehr wert. Können wir die andere verkaufen. Das ist doch sowas von einer Falle. Ich trete da nicht drauf. Oder schon. Ah, da ist das Blutsiegel. Noch eine vergessene Kunst der Akaviri. Zweifelsohne wird es ausgelöst durch... Nun ja, Blut. Euer Blut, Drachenblut. Ähm. Schaut her. Hier seht ihr wie die Klingen damals, wenn man Syrodeil verehrt hat. Lydia, lass doch das tun. Marseille ist. Das kann auch nur eine Falle sein. Oder nicht. Das war die Klingel. Bis zum nächsten Mal.